Stillleben einfach erklärt am Beispiel von Peter Klaas, Austernfrühstück. Vielleicht kann man mit der Überschrift des Kapitels zunächst nicht viel anfangen und wundert sich über dieses eigenartige Wort Stillleben. Als Stillleben wird eine ganz besondere Art Gemälde bezeichnet. Während auf vielen Bildern Personen, historische Szenen, Landschaften, Tiere oder Gebäude dargestellt sind, sieht man auf den Bildern, um die es hier geht, fast ausschließlich Gegenstände und allenfalls Blumen oder zum Verzehr gedachte Tiere. Da anzunehmen ist, dass diese Objekte auf diesen Bildern einige lange Zeit genauso angeordnet bleiben, wenn sie nicht jemand absichtlich bewegt, könnte man auch sagen, dass diese Anordnung still bzw. unbewegt und unbelebt ist. Daher der Name Stillleben. Was könnte der Grund sein, ein solches Bild zu malen, es in Auftrag zu geben oder es an der Wand aufzuhängen? Oberflächlich betrachtet wird man natürlich auch Gefallen daran finden, was auf dem Gemälde abgebildet ist und wie kunstvoll es der Künstler gemalt hat. Doch wenn man ein solches Bild ganz genau betrachtet, fallen einem oft Dinge auf, die viel tiefer liegende Gründe ja nahezu Geheimnisse für das darauf Dargestellte zutage bringen. Wie ein Detektiv kann man diesen Rätseln auf den Grund gehen. Das Bild, das uns hier nun besonders beschäftigen wird, ist das Stillleben-Austernfrühstück des Malers Peter Klaas. Der lebte so ungefähr von 1597-98 bis 1660-61. Das Auslandfrühstück, das in den frühen 1630er Jahren gemalt wurde, hängt in der Gemäldegalerie Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Beschreibung und Analyse. Wie auch ein Detektiv bei der Arbeit kann man zunächst alle Dinge betrachten und Beobachtungen ganz nüchtern auflisten. Schritt 1. Man beschreibt erst einmal ganz unvoreingenommen die dargestellten Dinge, ohne schon jetzt voreilige Schlüsse über eine tiefergründige Bedeutung zu ziehen. Man kann diese Fakten dann gegebenenfalls in logische Gruppen ordnen. Zum Beispiel, wie viele verschiedene Gefäße, Nahrungsmittel oder Gebrauchsgegenstände es gibt. Auch ihre Anordnung im Bild kann eine Rolle spielen. Wie stehen oder liegen die Objekte oder wie sind sie zueinander angeordnet? Auf dem Bild Austernfrühstück von Peter Klaas sieht man folgende Objekte von links nach rechts. Trinkgefäße. Ein mit Weißwein halb gefülltes Glas mit einem dicken Stiel mit hervorstehenden Glaspunkten. So ein Glas heißt Römer. Eine auf dem Tisch umgekippte metallene Schale mit einem langen Stiel. Sie hat viele Verzierungen und könnte aus Silber sein. Ein umgestülptes, kleineres, konisches geformtes Glas. Neben dem Brötchen mit einem ähnlichen griffigen Stiel wie bei dem Römer. Das Gefäß heißt Berkemeyer. Essgeschirr. Ein metallener, silberner Teller. Ein kleines Messer mit einem kunstvoll gedrehten Griff. Lebensmittel. Eine kleine verzierte Papiertüte mit kleinen dunklen Körnern darin. Vermutlich Pfeffer. Eine halb geschälte Zitrone, deren Spitze abgeschnitten ist und deren Schale sich über den Tellerrand kringelt. Geöffnete Austern, ein angebissenes Brötchen und einige teilweise geöffnete Haselnüsse. Einrichtung. Alle Objekte außer dem Pfeffertütchen und dem Römer befinden sich auf einem weißen, etwas zurückgeschlagenen Tischtuch. Darunter kommt ein dunkler Tisch zum Vorschein. Der Hintergrund könnte aus dunkelbraunem Holz oder Stoff bestehen, auf dem ein Lichtschein von links oben nach rechts unten verläuft. Man versucht als nächstes erst einmal alle Informationen zusammenzutragen, die mit jedem einzelnen Objekt ganz individuell verbunden sind. Beispielsweise kann man über eine bestimmte Art Essgeschirr sagen, in welcher Zeit man es vorwiegend benutzt hat und ob es eher von einer reichen oder einer armen Person benutzt wurde. Über eine bestimmte Sorte Blumen könnte man in Erfahrung bringen, wo und zu welcher Jahreszeit sie wächst und zu welchem Anlass man sie in der betreffenden Zeitepoche auf den Tisch gestellt hat. So wird man viele Einzelheiten zusammentragen, die zunächst in keinem bestimmten Zusammenhang stehen. Zur Anordnung. Die Trinkgefäße im Hintergrund sind von der Größe her von links nach rechts abgestuft angeordnet. Außerdem ergibt die Reihenfolge eine Art Bewegungsablauf. Aufrecht gekippt auf dem Kopf. Der Tellerrand ragt etwas über den Rand des Tisches und das Messer liegt mit der Klinge auf dem Teller. Alle Lebensmittel liegen sehr konzentriert auf einer kleinen Fläche da, als ob von ihnen eben gerade gegessen wurde. Ein großer Teil des Bildes oben rechts ist leer und dunkel. Das Licht kommt von links oben. Eine der drei Muschelschalen liegt mit der Innenseite nach oben, sodass man das Bläuliche, Permut und das Austernfleisch sieht. Schritt 3 Für die letztendliche Deutung des Bildes kann es auch wichtig sein, wer das Bild vielleicht in Auftrag gegeben hat und wie die Person gelebt hat. Auch Informationen über den Maler selbst und über die Malmaterialien und Techniken, mit denen das Bild angefertigt wurde, spielen eine große Rolle. Nun kommen auch einige Fakten, die man nicht durch bloßes Betrachten des Bildes herausfinden kann. Man kann hierzu natürlich als erfahrener Detektiv ein Lexikon oder das Internet benutzen. Das Bild wurde 1633 auf Eichenholz gemalt. Es ist 38 x 53 cm groß. Bei der Farbe handelt es sich vermutlich um eine frühe Form von Ölfarbe oder Temperarfarbe. Die vorherrschende Farbe ist braun. Nur das Gelb der Zitrone, das Blau des Permut und das goldbraune Brötchen stechen daraus hervor. Der Maler Peter Klaas wurde um 1597 in Burg Steinfurt in Westfalen geboren und starb um 1661. Er malte vorwiegend derartige Stillleben, auf denen meistens in aufzählender Reihenfolge häusliche Gegenstände dargestellt waren. Braun, Ocker, Grau und Weiß waren dabei die bestimmenden Farben. Alle auf dem Bild vorhandenen Dinge waren damals absolute Luxusobjekte. Noch nicht einmal ein Brötchen konnten sich die meisten Leute leisten. Sie aßen stattdessen gewöhnliches Brot oder Brei. Pfeffer war unwahrscheinlich teuer und musste aus fernen Ländern wie Madagaskar importiert werden. Auch die Zitrone hatte wahrscheinlich einen weiten Weg aus einem südlichen Land hinter sich. Austern, silbernes Geschirr und mundgeblasene Gläser sind auch heute noch Luxusgegenstände. Schritt 4 Erst jetzt beginnt man damit, diese vielen einzelnen Informationen miteinander zu verknüpfen und wie ein Detektiv Schlussfolgerungen aus diesen Zusammenhängen zu ziehen. Dabei sollte man sich niemals zu schnell auf eine einzige Bedeutung festlegen, sondern immer erst mehrere Theorien gleichzeitig verfolgen. Von diesen wird sich am Ende die wahrscheinlichste durchsetzen. Am Ende einer solchen Bildanalyse und der tiefer gehenden Bildinterpretation stehen oft sehr überraschende Geschichten. Nun die Interpretation. Dieses Austernfrühstück hat wohl nur jemand einnehmen können, der sehr reich war. Die Anordnung der Objekte lässt jedoch auch noch andere Dinge vermuten. Man kann annehmen, dass Peter Klaas alles auf dem Bild mit einer ganz bestimmten Absicht gemalt hat. Er wollte dem Betrachter eine Botschaft zukommen lassen. Am deutlichsten sieht man das an der Reihenfolge der drei Trinkgefäße. Sie könnte man als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens sehen. Vorne steht der große Römer, gut bis zur Hälfte gefüllt. Er könnte Sinnbild für ein Leben in den besten Jahren sein. Die gekippte Schale würde dann für die Vergänglichkeit des Lebens stehen oder vielleicht auch für Krankheit. Das letzte Glas ist leer und umgestülpt. So kann man es gut als ein Sinnbild für Tod deuten. Nun bekommen auch alle anderen Gegenstände eine ganz andere Anmutung. Die zur Hälfte geschälte Zitrone steht für das voranschreitende Leben, das so erfrischend wie sauer ist. Die Austern sind auch schon geöffnet und schnell verderblich. Sie müssen bald gegessen werden. So wie das Leben jetzt gelebt werden muss. An all diese Dinge, die man im Leben genießen kann, kommt man jedoch nur mit einiger Mühe. Dafür liegt das Messer auf dem Teller, mit dem man die Zitrone schält und die Austern öffnet. Auch einige der Nüsse sind bereits aufgebrochen. Das Brötchen ist angebissen. Der Teller ragt etwas über den Tischrand. Wenn man ungeschickt ist, kann man ihn leicht herunterwerfen. Er steht dafür, dass das Leben in einem kurzen, unachtsamen Moment Schaden nehmen kann. Der Lichtschein an der Wand erinnert an das Göttliche, das dem Leben übergeordnet ist. Dass das Tischtuch den Tisch nur zu einem Teil bedeckt, könnte dafür stehen, dass im Leben auch nicht immer alles perfekt läuft und man viele Dinge nehmen muss, wie sie sind. Der Pfeffer hat einzig und allein die Funktion, den großen Reichtum zu symbolisieren, der mit dem Leben ebenfalls irgendwann endet. Der Maler wollte also kurz zusammengefasst sagen, dass egal wie reich man ist, jedem das gleiche Schicksal vorbestimmt ist und alles Leben mit dem Tod endet. Ein solches Bild war wohl auch sehr teuer, sodass nur jemand, der sehr reich war, ein solches Bild kaufen konnte. Derjenige ist vielleicht ein nachdenklicher Mensch, der sich gern Gedanken über die Bedeutung des Bildes macht. Die Vergänglichkeit ist das häufigste Thema aller gemalten Stillleben. Man merkt daran auch den Ursprung dieser Kunstgattung, der im spätmittelalterlichen Andachtsbild liegt. Auch in ihnen hatten die dargestellten Gegenstände ähnlich tiefgreifende Bedeutungen. Ab der niederländischen Malerei des 16. Jahrhunderts nahmen die Gegenstände dann immer größeren Platz im Bild ein, bis das Stillleben dann im 17. Jahrhundert seine Blütezeit hatte. Man kann also sehen, dass ein einfaches Gemälde, auf dem nur leblose Gegenstände abgebildet sind, einen zum detektivischen Schlussfolgern anregen kann. Es gibt unter Kunsthistorikern sogar einige, die sich ausschließlich auf die Deutung solcher Stillleben spezialisiert haben. Jetzt wollte ich nochmal auf einige Dinge eingehen, hier etwas freisprechender und weniger ablesend, die die Herstellung des eigentlichen Bildes angehen. Zum Beispiel können wir uns die Komposition anschauen. Die Komposition, wie die Gegenstände angeordnet sind oder wie das Bild aufgeteilt ist, das ist ein bisschen am goldenen Schnitt orientiert. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Linie ziehen oder uns eine Linie denken von links oben nach rechts unten, sehen wir, dass die Gegenstände so ein bisschen in einer dynamischen Form, immer kleiner werdenden Form angeordnet sind. Und das ist jetzt nicht ganz, dass man das Bild in Hälfte-Hälfte aufteilen könnte, sondern das ist der Faktor 1 zu 1,618. Und das beruht zum Beispiel auf den Fibonacci-Zahlen. Das ist also auch ein Naturprinzip, was uns in die DNA eingepflanzt ist. Nach diesem Prinzip finden wir solche Bilder schön oder alles, was wir so schön finden. Ein symmetrisch aufgebauter Mensch zum Beispiel, die Körpermitte, die ist ungefähr im Schritt und der Faktor 1,16, der ist so in Höhe des Bauchnabels. Also da wäre unser goldener Schnitt zum Beispiel oder bei der Zitrone hier auf dem Bild, da sind die Kammern, diese Fruchtkammern der Zitrone, sind auch nach dem goldenen Schnitt, also nach diesem Zahlenverhältnis aufgebaut. Also so viel nur dazu. Dann der Arbeitsprozess selber. Ich hatte ja schon gesagt, dass es sich hier um Ölfarben und zum Beispiel um Eitempera handelt. Nun sind Ölfarben damals nicht einfach so im Laden zu kaufen gewesen, sondern die Maler haben die oft selber angemischt und das ist ein komplizierter Aufbau. Zum Beispiel fingen die dann mit etwas wässrigerer Eitempera an und sind dann geendet eben mit der sehr ölhaltigen obersten Schicht. Also was dann die eigentliche Ölfarbe war, also Ölmalerei war nicht immer das, was es so heute ist. Und zum Beispiel dieses malerische Prinzip Fett auf Mager spielt hier auch eine ganz große Rolle, dass man zum Beispiel hier wahrscheinlich mit einer wässrigen Farblösung angefangen hat, das alles vorzumalen, also die Untermalung hergestellt hat. Und dann Fett auf Mager eben am Ende immer fetter wurde und immer mehr Öl in die Farben reingemischt hat. Das hat dann wohl auch die Brillanz der Farben noch erheblich erhöht. Also man merkt das heute auch. Also wenn man mit Ölfarben malt, dann sehen die Farben oftmals viel kräftiger und leuchtender aus. Ja, man hat also auch, oder der Maler hier, der Peter Klaas hat wahrscheinlich angefangen, das Bild erstmal nahezu schwarz-weiß aufzubauen, so wie man das früher so gemacht hat. Wahrscheinlich hat er den Lokalton, dieses Bräunliche, als Grundton genommen und hat dann mit fast schwarz und weiß angefangen, das Bild langsam aufzubauen. Also man spricht hier zum Beispiel, also heute würde man auch sprechen von einem Valorist, der das Bild eher von den Tonwerten her beginnt. Ein Kolorist würde das Bild eher von den Farben her beginnen. Aber es hatte eben noch einen finanziellen Aspekt. Die Farben waren früher teuer, also wurden nur in ganz dünnen Lasuren aufgetragen. Und das eigentliche Weiß, also zum Beispiel Bleiweiß oder das Schwarz, das aus Lampenroos hergestellt wurde, das war relativ kostengünstig. Bei dem Schwarz hat man allerdings wahrscheinlich, wie es in der Malerei auch üblich ist, lange nicht mit reinem Schwarz gemalt. Also hier, wenn man so ein Bild begonnen hat, sondern eher versucht, das Schwarz aus unterschiedlichen Farben zu mischen. Und erst später dann mit Schwarz die richtigen kräftigen Kontraste mit ins Bild gebracht. Wahrscheinlich oftmals auch nur in einzelnen Punkten. Ja, ich hatte ja schon gesagt, der Lokalton ist hier braun. Und das ist auch für die Komposition des Bildes zum einen wichtig, zum anderen auch zur naturalistischen Darstellung der Gegenstände. Man sieht dann zum Beispiel, dass dieser Lokalton, dieses Braun, funktioniert hier so ähnlich, wie wenn wir nach draußen gehen und sehen, so den blauen Himmel. Also dieser bläuliche Schein, der alles umgibt, der würde draußen alles bläulich färben. Und dieser braune Lokalton hier im Bild, der färbt alles so ein bisschen bräunlich. Jetzt würde man auch zum Beispiel davon sprechen, dass das Licht, was von oben scheint und die Gegenstände anscheint, dass das zum Beispiel das Primärlicht ist. Und dieser insgesamt bräunliche Ton, der zurückscheint, dass das das Sekundärlicht ist. Also in der Natur draußen wäre das genau umgekehrt, dass das bläuliche Licht vom Himmel auf die Gegenstände zurückscheinen würde, wäre dann eher das Sekundärlicht. Und das ist ganz wichtig, weil man dadurch, zum Beispiel bei den Brötchen sieht man es ein bisschen, da bildet sich eine dritte Kontur auf dem Gegenstand oder bei diesen kantigen Gegenständen, hier wie dem Teller oder so, ist es ganz offensichtlich, oder diesem Fuß von diesem Kelch, dass da eine Trennung zwischen dem Primär- und dem Sekundärlicht ist. Und an der Spitze, wo diese Trennung stattfindet, ist der größtmögliche Kontrast. Also neben der Farbenperspektive, zum Beispiel Farbenperspektive ist hier ganz deutlich, also die gelb-kräftige Zitrone, die kräftigste Farbe ist ganz im Vordergrund und nach hinten hin perspektivisch nimmt die Kräftigkeit der Farben ab. Und genauso ist, was ich eben schon angesprochen habe, die Kontrastperspektive ganz wichtig. Also da, wo sich zum Beispiel Sekundärlicht und Primärlicht trennen, also vorne am Gegenstand, da befindet sich der größte Kontrast. Also der Betrachter wird mit seinen Blicken auf diesen Kontrast gelenkt und kriegt praktisch gesagt, alles was hinten liegt, das soll dich nicht so interessieren. Wir sehen zum Beispiel bei dem Kelch, dass hier ganz extrem der hintere Rand des Kelchs aufgelöst ist. Und nach vorne, wenn man das so verfolgt, da ist dann dieses Ornament oder Kettchen und dann ist dieser Fuß. Und der Fuß, der hat dann hier diesen ganz weißen, kräftigen Rand. Und dieses Weiß in diesen Bildern, das nennt man auch Weißhörungen. Also diese Weißhörungen, die setzt man dann eben auch ein, um Kontraste im Vordergrund zu schärfen. Da sehen wir das zum Beispiel hier unten beim Tellerrand. Vorne, da ist ein ganz weißer Streifen. Und Kontrast heißt ja nicht unbedingt, dass jetzt alles entweder ganz hell oder ganz dunkel ist, sondern es heißt, dass die hellsten Anteile und die dunkelsten Anteile des Bildes möglichst nah zusammenstehen. Und nach hinten weicht alles auf und man sieht dann eben eher Grautöne zum Beispiel. Wo sehen wir das hier noch? Zum Beispiel bei dem Messergriff. Also wir sehen hier ganz feine Pünktchenschwarze, die neben ganz schwarzen Teilen des Messers stehen. Oder zum Beispiel ganz deutlich sehen wir es noch bei dem Griff von diesem großen Glas hier, von dem Römer. Dass da also wirklich nur so weiße, richtig helle Lichtreflexe angedeutet sind und neben direktem totalen Schwarz. Oder zum Beispiel bei dem Pfeffertütchen auch. Also dieses Papier ist wohl so ein bisschen goldverziert und man sieht, dass das richtig leuchtend weiße Pinselstriche hat. Und nach hinten hin oder in diesem Tütchen drin, da wird es ganz neblig und so ein bisschen dunkel. Und man schaut da als Betrachter eigentlich kaum genau hin. Ja, das ist, man kann das dann auch so ein bisschen steuern, sieht man hier mit dem Auftrag der Farbe. Wenn man das zum Beispiel mal sieht, hinten im Hintergrund ist die Farbe richtig weich verteilt. Und bei dem Lichtreflex auf dem Glas, wo sich so ein bisschen so ein Fensterkreuz auch andeutet, ganz oben auf dem Römer, da sieht man, dass die Pinselstriche richtig grob mit der weißen Farbe aufgetragen sind. Und dadurch entsteht natürlich auch nochmal ein Kontrast durch dieses Grobe. Oder zum Beispiel bei der Zitrone. Eigentlich ist ja eine Zitronenoberfläche fast glatt. Und hier ist es aber extra ein bisschen rau dargestellt mit raueren Pinselstrichen, damit eben der Kontrast erhöht wird. Und das alles ist einfach ein Anliegen des Malers gewesen, den Naturalismus im Bild, also man würde heute sagen, die Gegenstände realistischer darzustellen, also den Naturalismus zu erhöhen. Oder vielleicht würde auch heute ein Neudeutschmann sagen, das sieht dann mehr 3D aus. Und was das noch erhöht ist zum Beispiel, dass diese hauptsächlich zylindrischen Gegenstände, die hier dargestellt sind, oder auch diese runden Gegenstände wie das Brötchen zum Beispiel, dass die keine echten Kanten haben, wie zum Beispiel der Tisch oder so. Bei den Kanten sieht man zum Beispiel, da sind wirklich die Kontraste in den Kanten sichtbar. Und bei zylinderförmigen Gegenständen, da scheint das Licht drum rum und löst die Konturen teilweise auf. Man kann das auch in der Wirklichkeit mal so ein bisschen beobachten, wenn man zum Beispiel irgendwelche Säulen oder so betrachtet und mal den Hintergrund dazu. Es ist oft ganz schwierig, wirklich eine Kontur zu erkennen. Also zylinderförmige Gegenstände haben keine Kontur. Und das hat der Maler Peter Klaas hier ganz hervorragend aufgegriffen, teilweise in den Griffen der Kelche oder zum Beispiel in der Kontur des Brötchens. Also wenn man jetzt mal da so drum rum schaut, sieht man also, dass die Kontur sich richtig auflöst bei den Brötchen, besonders nach rechts hin. Aber auch zum Beispiel bei dem umgestülpten Kelch sieht man das. Natürlich ist der auch durchsichtig, dass am Rand keine Kontur mehr zu sehen ist. Oder eben bei diesem Silberkelch, bei dem gekippten, hatte ich ja schon gesagt, dass nach hinten hin das richtig weich sich auflöst. Ja, soviel zu dem Stillleben oder beziehungsweise zu diesem speziellen Stillleben, Austernfrühstück von Peter Klaas. Also von Hecht Also von Hecht